Ja, willkommen zurück zu mir, dem Igel, der jetzt spielt Solail, auch bekannt unter dem Namen Crusader of Senti. Ja, ja, sehr interessant. Oh, Moment, das wollten wir sehen. Ich mach mal ein Reset und lese mal das Intro vor. Das Zeitalter der Dunkelheit ohne Licht. Die Menschen haben die Kreaturen, die über diese Welt keuchten, ungeheuer genannt. Die Menschen haben sich vor diesen merkwürdigen Wesen gefürchtet. Keiner weiß wo, wann oder wie diese Kreaturen entstanden sind. Denn Pflanzen und Lebewesen, wie zum Beispiel Menschen, mussten sich erst noch entwickeln. Die Zeit verging. Eines Tages veränderte sich die Welt. Es werde Licht, sprach der Igel. Diese Stimme war das Signal und Licht begann diese Welt zu erfüllen. Viele Ungeheuer, die keine Widerstandskraft gegen das Licht hatten, starben. Dann verstrich noch einige anscheinend unendlich lange Zeitspanne. Ja, anscheinend unendlich lang. Wird demonstriert. Allmählich erschienen einige Lebensformen wie Pflanzen und Tiere. Häschen. Ach guck mal, süße kleine Hopläschen. Weiße kleine Hopläschen. Und hässliche Fliegen und Bienen und dieses ganze Zeugs. Bah. Bin ich in allen Spielen bisher gehasst. Besonders in Wonderboy. Aber. Ungeheuer. Die starben nicht aus. Sie hatten im Untergrund Zuflucht gefunden und sich vermehrt. Es war beinahe... So, als ob sie darauf warteten, zurückzukehren. Unsere Geschichte beginnt, als die Ungeheuer wieder erschienen und beginnen, ihren Einfluss zu vermehren. Entschuldigung. So, Lyle. The Crusader of Senti. Ja. Start-Taste drücken. Moment. Äh, wo hab ich... Hä, hier ist die BDH auf der Testatur. So. Start. Okay, das ist mein kleiner Held. Ich habe es schon mal gespielt. Ich habe es nicht zu Ende gespielt. Äh, ja. Hm. Also, in Spielen nenne ich mich eigentlich immer Daraus. Außer in Tales of Phantasia, weil das ist dann doof. Okay. Mutter. Und jetzt ist der Augenblick da, auf den ihr gewartet habt. Eine Geburtstagsfeier für Daraus. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Daraus. Du bist jetzt 14 Jahre alt. Na toll. Ich habe ein Geschenk für dich. Na, was hast du denn für mich? Dies ist das Schwert, das dein Vater einst. Ja, klar. Er war sehr stark und gut, doch er hat sein Leben im Kampf verloren. Ich möchte eigentlich nicht, dass du dieses Schwert bekommst. Aber laut dem Gesetz dieses Landes folgen 14-jährigen Jungen ihrem Vater in die Schlacht. Mit 14 kriege ich ein Schwert. Na klar. Kann ich es auch schlagen? Ah, 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 okay. Okay, weiter noch was? Ah, ich muss auch schlagen drücken zu reden. Nur es war nicht gerade ein glückliches Ende, doch du solltest versuchen, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten. Wow, wow. Ich will auch ein Schwert. Ich kann nicht warten, bis ich 14 bin. Wow, wow. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Daraus. Das ist aber ein schönes Schwert. Ich habe auch ein Schwert, aber kein so rostiges. Meines ist nagelneu. Pfft, Angeber. Gehst du in die Fresse, du Pisser. Ja, also, meine... Pico, was? Ein Feuerwerk? Geht da jemand hin? Mir ist gerade eingefallen, dass Arman heute weggeht. Besuchen wir ihn, bevor er geht. Wenn ich an der Reihe bin, denkst du hoffentlich auch ran, mich zu verabschieden. Oh, Bill, ein Held zu werden ist keine einfache Aufgabe. Du wirst niemals einer, wenn du nicht fleißig auf dem Übungsgelände raffliesi trainierst. Okay. Komm schon, beeile dich. Ich möchte Arman sehen. Ich mag ihn, weil er stark und tapfer ist. Okay. Wenn jetzt keiner mehr redet, sage ich kurz was zum Spiel. Ich habe es schon mal angespielt. Also, ich habe es schon mal gespielt, aber ich bin nicht sehr weit gekommen, bin irgendwo hängen geblieben, habe dann keinen Bock mehr gehabt. Es ist aber eigentlich sehr gut, weil man fängt nachher an, mit Tieren zu reden. Und, äh, ja, das kommt alles noch. Johnnys Haus, gib ihm mich zu essen. Er wird nur dick. Und er zeichnet aus. Na? Wurf, wurf. Lass ich dich verraten, du kleiner, kleiner Köter. Hm. Okay. Gehen wir mal ins Haus hier. Was hast denn du zu sagen? Hausfrau, sei vorsichtig. Auch auf dem Übungsgelände verliert man sein Leben ganz leicht. Doch nicht nur in den Schatztruhen, sondern auch unter dem Gras sind Münzen versteckt. Aha. Ja, es ist ein bisschen Zeller-like. Äh, wie man sagt. Wie man auch sieht. Es ist ja cool. Also, ich mochte es eigentlich ganz gern. Ich weiß nicht. Ich, ich hab da nur gefrustet, weil ich nicht vor Ort kam. Frau, das Daliental ist sehr kompliziert angelegt. Genau wie die Ungeheuer hier. Dies ist kein Ort für Kinder wie dich, auch wenn du ein Schwert hast. Halte dich fern. Ja, 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 ja. Okay, okay, jetzt erstmal, ich geh erstmal gucken. Ich glaub, ich bin sehr weit rechts. Ja, 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 genau. Okay, dann geh ich erstmal hier unten lang. Kann ich irgendwie laufen oder sowas? Nö. Okay, gut. Ähm. Alter Mann, meine Schwester ist in Daliental und mein Neffe ist auf dem Übungsgelände. Jeder ist einer gefährlichen Lage. Ich kann nicht nach Hause gehen, weil ich mein Schwert nicht werfen kann. Kannst dein Schwert nicht werfen? Was ist das Problem? Ach ja, ich schätze mal irgendwie Fernkampfattacke. Ey, es ist Jahre her. Also es ist wirklich mindestens fünf Jahre her oder eher länger, wo ich das gespielt habe. Also bitte verurteilt mich nicht, wenn ich sage, ihr kennt das doch, wie es labert ihr jetzt so ein Scheiß. Nein, es ist ernst gemeint. Ich kann mich nicht erinnern. Eine Kuh in einem Karren. Naja. Kuh. Mumu. Ja, Mumu. Eine weibliche. Okay. Ja. Oh Gott, ist das riesig. Hier sind nur Hühner. Kikuriki. Kikurima. Ja, okay, gehen wir erst mal das Haus da rein. Ach je, das ist ja riesig. Was soll denn das? Ich will doch nicht. Okay, ist keiner drin. Das ist schön. Spar Zeit. Aber ich will natürlich auch hier gut durchkommen. Also wollen wir gucken. Ja, ich habe das Spiel, habe ich jetzt weder in meinen letzten Videos angekündigt, aber ich habe gedacht, spielst du doch was Megadrive-mäßiges? Guckst du durch und denkst, oh ja. So leil. Oh ja, das wolltest du schon immer mal beenden. Aha, eine Kirche. Mhm. Okay. Priester, vor langer Zeit geschah hier etwas Schreckliches. Die Leute kommen gar nicht mehr her. Oh Heiliger, möge deine Anwesenheit die Herzen der Menschen von neuem füllen. Hm. Naja, okay. Hier ist ein Knopf. Nö, auch nix. Nö, kann nichts machen. Toll, wir haben sonst hier hochgelatscht. Na toll, 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 toll. Ja, ähm, genau. Und ich habe auch die Idee gekriegt, Landstalker zu spielen. Nein. Äh, ja. Man ist so ein Schatzsucher. Ich weiß nur, dass es nicht gerade simpel war, aber es ist so ein wenig mit Rätseln und so. Haus zu verkaufen. Möchtest du ein neues Haus? Ja. Gut, okay, da kann ich gar nicht erst rein. War das der Bauernhofhaus hier? Ja. Okay, gut, dann waren wir da schon. Dann gehen wir jetzt diese Reihe ab. Okay, jetzt erstmal das. Okay, Schild. Hab ich da schon dran gewesen? Heldenbrunnen. Heb dein Schwert auf, Junge. Denn nun ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Ja. Zeit zu kämpfen, wenn ich dann darf. Ist das hier die Reihe, wo mein Haus war? Ich glaube ja. Ja? Ja, 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 ja. Waren wir schon. Danke. Du Schlampe. War der MK auch schon da? Okay. Weiser, wie ich sehe, bist du nun alt genug für ein Schwert daraus. Hast du schon von den Medaillen gehört? Nein. Auf dem Übungsgelände gibt es Bahnen für Anfänger, Fortgeschritten und Könner. Dort kann man jeweils eine Bronze, Silber und Goldmedaille erhalten. Wenn du genug geleistet hast, um alle drei Medaillen zu verdienen, bringst du sie zum König und er gibt dir dafür das heilige Schwert. Das Wahrzeichen eines Helden. Das heilige Schwert Und es geht an jeden raus, der die Übung schafft Na klar Ist hier noch eine Hausreihe? Nein, es ist keine Hausreihe Es sind nur zwei Hausreihen, das ist schön Aber wir gehen erst trotzdem mal hier rechts Weil hier scheinen ja doch noch welche rumzulaufen Okay, 10 Minuten sind um Ich mache kurz Pause und rede dann weiter Bis gleich